Top 6 Schreibtisch Organizer, die besten Produkte für Mehrordnung am Arbeitsplatz Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Knodeltisch-Unterlage. Sie ist robust und langlebig, und ich liebe die Tatsache, dass sie wasserdicht ist. Ich kann mein Laptop darauf verwenden, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass es beschädigt wird. Die Tischunterlage hat eine Größe von 80 x 40 cm, was mehr als genug Platz bietet, um meine Arbeitsfläche zu schützen. Ich finde auch toll, dass sie doppelseitig ist und ich zwischen den Farben grün und grau wählen kann, je nach Stimmung oder Einrichtung. Insgesamt ist dies ein großartiges Produkt zum Schutz meiner Tischoberfläche im Büro oder zu Hause. Ich habe den Loneye Schreibtisch Organizer gekauft und bin wirklich zufrieden damit. Das Produkt ist sehr leicht zu montieren und es ist wirklich ein Raumwunder. Der Organizer hat 5 Fächer sowie eine Schublade, die perfekt für kleine Gegenstände wie Büroklammern und Notizzettel ist. Die weiße Farbe passt perfekt zu meinem Schreibtisch und sieht sehr elegant aus. Ich kann den Loneye Schreibtisch Organizer jedem empfehlen, der eine saubere und organisierte Arbeitsumgebung schaffen möchte. Ich habe den PipiShell Schreibtisch Organizer gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Mesh Metall Büro Organizer hat eine Schublade und einen Stifthalter, sowie 6 Sortierfächer für Stifte, Hefter, Ordnerklammern, Haftnotizen und mehr. Durch seine kompakte Größe spart er mir viel Platz auf dem Schreibtisch. Der Organizer sieht durch das Mesh Material sehr modern und edel aus. Die Verarbeitung ist ebenfalls sehr hochwertig. Ich kann den PipiShell Schreibtisch Organizer jedem empfehlen, der seinen Arbeitsplatz aufgeräumter gestalten möchte. Ich bin sehr zufrieden mit dem LifeWid 25 Stücke Schubladen Organizer aus klarem Kunststoff. Die Trennboxen sind sehr praktisch und erleichtern mir die Aufbewahrung von Make-up, Schmuck und Gadgets in meinem Schlafzimmer und Bad. Auch im Büro macht es sich gut, um meine Schreibtischschubladen aufgeräumt zu halten. Die Schubladenteiler sind sehr stabil und hochwertig verarbeitet. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall weiter. Ich habe mir kürzlich den Amazon Basics Kunststoff Organizer besorgt und bin sehr zufrieden damit. Er hat eine halb offene Struktur und bietet genügend Platz für meine Schreibutensilien und Dokumente. Die weiße Farbe fügt sich schön in meine Bürodekoration ein und der Preis ist auch sehr angemessen. Eine klare Kaufempfehlung für alle, die nach einer praktischen und günstigen Ablage suchen. Ich habe den Amazon Basics Kunststoff Organizer in schwarz für meinen Schreibtisch gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Organizer hat eine perfekte Größe für meine Bedürfnisse und bietet ausreichend Platz für Stifte, Notizblöcke und andere Schreibwaren. Außerdem ist er sehr robust und hält alles sicher an seinem Platz. Das Design ist schlicht und elegant, was sehr gut auf meinen Schreibtisch passt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Produkt und kann es jedem empfehlen, der einen praktischen Organizer für seinen Schreibtisch sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.